Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Dead Space here auf Trans17TV, euer TV wie immer für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Einen ganz lieben Dank geht nochmal raus an alle, die das Projekt hier so mega unterstützen. Bitte auch weiterhin hier das Projekt mit einem Daumen honorieren und den Kanal abonnieren. So, okay, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Okay, wir müssen aktivieren die Zentrifuge, okay. Okay, schön vorsichtig. 19 Schuss, das ist nicht viel, aber ich glaube wir haben noch genug in Petto. Immer unter Anspannung hier. Da müssen wir landen. Haben wir jetzt hier. Davon kommen wir da dann nicht an. Da oben liegt doch was. Er kann nicht springen. Wenn wir das haben, was da oben liegt. Schade. Wo ist das hingefallen? Ach, Moment, wir können doch hier mit unserem... Damit können wir das doch machen. Okay. Ah ja, wurscht. Das Ding. Das müssen wir mitnehmen. Bestimmt, ne? Da rein. Äh, ich... Also ich gehe mal stark mal auf, dass wir den mitnehmen müssen. Da lang. Okay. Wie geht das denn so schnell wieder? Wo ist denn das Ding, wo ist denn das Ding jetzt? Da. Okay. 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 Die Küche ist ein bisschen mehr. Okay. Ich bin mitdem. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 So haben wir es bald Da ist schon wieder irgendwo ein Vieh 100 Credits, sauber Oh mein Gott Das war ja ne Okay und jetzt Da lang Das geht nicht Da liegt schon mal was Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da liegt was? Oh mein Gott Mal gucken Tempel Aber wir haben Sie mit allem Bewaffnet was wir hatten Sie hätten sich gemeldet wenn es Ärger gegeben hätte Sind sie etwa In ein Kraftausdruck Loch gefallen Wir haben eine riesige Tektonische Ladung am Arsch Kleben Was wenn wir die Gravitationsstrahlen ausschalten Wir lassen die Ladung fallen Und erkaufen uns so mehr Zeit So der Harrow Darauf hat G Tempel geantwortet Ich habe es versucht Wenn ich nicht die Hälfte der Schiffskabel herausreißen will Muss ein Mitglied des CEC-Vorstands das ganze Erz abwerfen Wir wollen ja nicht dass die Aktionäre wütend werden Ohne dass die Zentrifuge die das Schiff ausbalanciert Kommt es in ein paar Stunden zum Absturz Wenn wir so viel Glück haben Okay Aha So geht das Ich habe mich aber schon gewundert So hier kann man mal eben kurz speichern Macht vielleicht Sinn So ganz schnell mal eben Scherelosigkeit aktiviert Warnung Zentrifuge offline Generatormodul bitte manuell anbringen Scherelosigkeit aktiviert Aktiviere die Zentrifuge Das wird wahrscheinlich die da unten sein Da ist so ein Magnetteil Was soll ich denn da jetzt machen? Irgendwelche Viecher Bringt auch nix Irgendwas manuell anbringen Da ist noch was Nehmen wir auch nochmal eben mit Oh Scheißvieh Ich sehe nix Okay Neh das geht nicht Aber die Ah sag mal Wo ist denn das Scheißvieh? Kupplung deaktiviert Muss ich hier irgendwas machen? Geh hier mal hin Ne Da kann ich nix machen Wo ist denn das Vieh? Was ist hier noch? Medipack Medipack Okay Ich geh mal nach Guck ich hier mal ein bisschen um Jetzt müssen wir hier noch was machen Da kann ich nix machen Hier ist auch noch was Geh hier irgendwie rein Ne Woa 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 Irgendwas manuell muss ich hier machen Mal gucken Aktiviere die Zentrifuge Aktiviere die Zentrifuge Ne Das geht nicht Irgendwas an der Zentrifuge hinten machen Den People Is Ich Was A Wow So Wie Was Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ah, hier kann ich mehr Schub geben. Okay, ich versuche das nochmal. Bis ein Stück, bis hier. Da ist doch noch eine, oder? War das nur die eine? Da ist noch eine. Kupplung. Aber ich sehe hier keine Kupplung. Ist hier oben irgendwas, was ich einschalten muss? So, noch ein kleines Stück weit davor. Wahrscheinlich. Äh, das ist... Irgendwie muss man kurz vorher anhalten. Das ist, glaube ich, schon richtig. Kann die noch ein Stück? Nee, das ist schon zu weit. Okay. So, komm her. Der fährt sie ganz vor. Okay. Okay. Irgendwo muss hier ein Schalter oder irgendwas sein. Aber ich sehe hier nichts. Muss man da rein? Nee. Aber hier oben ist ja noch ein Spielschirm. Stimmt ja. Vielleicht macht der irgendwas. Fehler. Generation für Kupplung anschließen. Umzentrifuge. Generatormodule für Kupplung anschließen. Das ist ja noch ein Schalter oder ein Schalter oder ein Schalter oder ein Schalter oder ein Schalter. Wo sollen die denn sein, die Generatormodule? Gute Frage. Hm. Da komme ich nicht weiter. Kupplung deaktiviert. Kupplung deaktiviert. Hier kann ich aber auch nichts machen. Hm. Jo. Hier landen. Ist schon geil, wie man hier fliegen kann. Das ist schon geil. Aber ich würde da schon ganz gerne irgendwie... Gehe da nochmal hin. Ja. Ich würde sagen, meine Lieben, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Wo die... Wo ich hier... Was hier genau zu tun ist. Stadeaufladung. Tja. Momentan bin ich hier etwas überfragt. Was ich hier jetzt machen soll. Ich würde sagen, ich speichere mal ab. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Und dann habe ich mit Sicherheit eine Lösung gefunden. Lass auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.